Für unseren 3D-Wettbewerb haben wir das CT-Logo in die dritte Dimension erweitert und stellen es Ihnen in verschiedenen Dateiformaten zur Verfügung. Nehmen Sie es auseinander, stauchen und strecken Sie es nach Herzenslust, ordnen Sie die Teile neu an und ergänzen Sie sie mit weiteren Elementen zu Ihrem persönlichen Beitrag zu unserem Jubiläumswettbewerb 30 Jahre 3 Dimensionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017